selbstmord freitod wie auch immer man es bezeichnen will ist nicht die lösung und wenn du mit diesen gedanken spielst oder wenn du spürst dass das leben keinen sinn mehr hat keinen zweck mehr hat wenn du einfach keine lust mehr hast auf irgendwas dann ist das video für dich und es kommt von herzen weil ich dieses ganze schon erlebt habe daher schau dir gerne dieses video an like es like es auch nicht abonniere meinen kanal wenn du mehr zum thema persönlichkeitsentwicklung und geschäftsentwicklung hören willst und setzen glocke drunter wenn du in zukunft alarmiert werden wirst bei neuen erscheinungen die aktuell täglich kommen ja was ist was sind was bringt dich dazu wieder in lebensfreude zu kommen wenn du keinen ausweg mehr siehst wenn es darum geht dass du eigentlich nicht mehr weiß wo es hingehen soll wenn du nichts mehr verstehst was um dich um passiert wenn du auch nicht mehr verstehst was in dir passiert so absolut den verdor diese verbindung zu deinem herzen verloren hast du hast keine gefühle mehr dann bist du dich ist er sicherlich auf dem falschen auf dem falschen weg warum ist das ganze so passiert und warum habe ich auch aus meiner sicht so erlebt ist weil ich immer was für andere gemacht habe ich habe mich nie damit wohlgefühlt hundertprozentig was was ich getan habe ich war nicht mit meinem job zufrieden ich hatte nicht ich war mit der richtigen partnerin zusammen ich habe mich in der richtigen stadt gelebt ich hatte ich habe nicht hier ich habe die richtigen ich bin meinen hobbys nicht mehr nachgegangen ich habe alles getan dass ich nur noch funktionieren bin habe mich auch zugeballert mit alkohol mit medikamenten und was auch immer damit ich alles alle symptome die mir an dem körper angezeigt hat warum ich den falschen weg gehe habe ich einfach unterdrückt alles habe ich ignoriert ich habe meine eigene mein eigenes ich mein inneres kind habe ich abgekoppelt von mir ich bin nicht mehr in der freude gewesen weil ich mir eingeredet habe freude spaß am tun lachen ist was für kinder das gehört nicht in der erwachsenen welt macht man es halt nicht mehr und was das hat was hat es dazu was hat es zu was das wird geführt es hat dazu geführt dass ich davor war ich war 19 stock in meinem büro in la défense in paris und dachte mir wie komme ich jetzt durch die scheibe durch was kann ich tun damit dieses ganze diese ganze tragödie diese ganze schlamassel diese misere dass sie ein ende hat und es war schwierig es war eine verdammt schwere entscheidung weil ich doch mir immer wieder gesagt habe du hast doch eigentlich alles was ist was ist passiert mit dir was ist passiert mit mir weil materialistisch gesehen hatte ich eine super wohnung ich hatte ein gutes gehalt ich konnte mir alles leisten ich bin in urlaub gefahren wann ich wollte ich bin ich habe dienstreisen gemacht wann ich wollte ich bin überall ich habe ich habe die ganze zeit so gelebt wie ich mir eigentlich in meinen in diesem rahmen in diesem goldenen käfig paris wie es mir wie möglich war ich habe es ausgekostet ich habe es ausgenutzt auch die situation allerdings war es immer noch nicht meins und meine frau hat mir gesagt du hast doch alles was willst du denn noch mehr du kannst doch du kannst doch nicht noch mehr haben ich habe nicht alles ich habe nicht nur ich habe nur ich habe ich habe vielleicht alles aus deiner sicht und ich fühle aus deiner deiner welt ein glückliches leben aber ich bin nicht mehr bei mir ich war ich habe alles aber auch nichts ich habe weil ich weil ich mich verloren habe ich habe mich vergessen und wenn du das kennst du bist du denkst du denkst du sicher nicht alleine dieses video hat mich motiviert weil sie weihnachtszeit ist weil in der weihnachtszeit die selbstmoderate am größten ist weil die menschen die alleine leben und sich jetzt besteht speziell in dieser zeit auch nicht mit anderen treffen können denen geht es noch schlechter und der einzige weg der sich für mich offenbart hat die lösung zu sein ist wieder zurückzufinden in mich zu mir zu sagen es gibt noch einen ausweg es gibt noch eine möglichkeit es gibt lösungen es irgendwo ist noch ein lichtblick und eine motivation war meine tochter ich wollte meine tochter nicht allein lassen ich wollte nicht dass das meine tochter irgendwann mal sagt der papa wir waren feigling und er hat sich das leben genommen obwohl ich auf der welt war was ich mir immer gewünscht habe aber was auch nicht die lösung war und weil ich wieder im außen war es hat nicht es war zwar mein kind aber es hat es hat mich nicht es hat mich nicht glücklich gemacht und daher gilt es zu entscheiden was was macht dir freude wo siehst du noch einen ausblick was kannst du noch ändern was hat dir dein herz vielleicht schon oder dein bauchgefühl was hat jetzt hier schon öfters mitgeteilt und du hast es einfach ignoriert oder hast es nicht gehört und aus diesem grund zu diesem ernsten thema will ich dir ein paar tipps geben wie ich es geschafft habe und ich weiß dass du es auch schaffst und ich weiß dass wenn du dir wenn ihr dein leben was wert ist wenn dir wenn du noch nur eine kleinigkeit findest die dich am leben hält die dir spaß macht dann mach die weiter drauf es ist wie wenn du heißes wasser auf die auf eis tropft dann löst sich das eis auch irgendwann mal auf und so ist es auch mit dem mit dem weg zurück zum herzen mit dieser rückfindung du findest eine möglichkeit wie du wieder diesen tropfen hoffnung auf dich drauf tröpf ist und daraus wieder was wunderbares entstehen kann und dieses diese eisschicht die sich da gebildet hat weil du zu kühl geworden bist du bist nicht cool geworden gedanklich dass du deinen verstand und da habe ich auch ein anderes video dazu gemacht dass du verstehst wieder in der ruhe zu sein und und zu akzeptieren und diesen egalzustand zu haben was außen passiert aber dafür gilt es erstmal nicht zu finden und da gibt jetzt ein paar tipps und zwar teile ich die in drei bereiche ein zum einen ist es das körperliche was mir wahnsinnig geholfen hat ist wieder die verbindung zu meinem körper zu finden und wieder eine körperliche wahrnehmung zu bekommen und dafür war es für mich ganz wichtig dass ich wegkomme von alle möglichen art von drogen sei es alkohol medikamente was auch immer was auch immer du nimmst lass die finger davon werd wieder werd wieder rein lass es lass dein gib deinem körper die kraft sich selber zu regenerieren und für sich da zu sein dann ganz wichtig auch die ernährung schau dass du was zu dir nimmst was dir gut tut den fleischkonsum vielleicht runter drehen Zucker runter drehen runterfahren und dann das zu essen was dir auch gut tut wo du dich gut dabei fühlst was dich nicht runter zieht was dich was sie nicht belastet und zu guter letzt auch in bewegung zu kommen in bewegung zu kommen sprich dass du den stress abbaust die ängste abbaust diese hoffnungslosigkeit los wirst indem du wieder kleine dinge auch wahrnimmst in der natur vielleicht werde wieder die dinge bewusst um dich rum das passiert aber nur wenn du dich bewegst ändere mal deine ändere mal dein umfeld sitz nicht immer zu hause sitz nicht immer im büro geh mal raus schau dir an was die tierwelt die pflanzenwelt zu bieten hat und erfreue dich wieder an diesen an diesen kleinen dingen die notwendig sind auch dass wir menschen überleben dürfen und das zweite ist der geist wie was führt dass du deinen geist mach dir mal gedanken und mach dir mal auch eine inventar was in deinem kopflos ist hast du eher negatives machst du den gedanken über negative sachen davon gehe ich mal aus sonst würdest du dir das video nicht anschauen und was sind die positiven gedanken wie kannst du da ein übergewicht an positiven dingen schaffen und die negativen loswerden was stimmt dich auch negativ sind das negative nachrichten sind das negative schlagzeilen sind das filme die dich oder medien die du konsumierst die dich auch nicht in eine bessere stimmung bringen die dich runterziehen die dich traurig machen schau dir das an und versuch sie durch positive dinge durch erfreuliche sachen zu ersetzen und es gibt immer erfreuliche sachen und die wahl hast du was du willst und bei den menschen ist das genau das gleiche schau dir an welche menschen dir gut tun welche dir nicht gut tun welche umgebung ist der ist für dich gut ist vielleicht hat deine wohnung vielleicht eine schlechte einen schlechten einfluss auf dich oder dein büro deine deine arbeit es gibt auch andere jobs kannst dich auch selbstständig machen du kannst mittlerweile mit allem im internet geld verdienen was nur gibt und mach dich auf den weg auf die lösung suche und fokussiere dich nicht zu sehr auf die probleme sondern sagt dir es gibt eine lösung ich kann mich kontrollieren ich weiß dass wenn ich an mir bei mir anfangen zu arbeiten und mir wirklich bewusste gedanken macht was ist was könnte eine lösung sein die mich wieder rauszieht die mich wieder in die lebensfreude bringt und du bist fest davon überzeugt davon dass es das ist noch ein dass es noch diesen ausgibt dann schau dir an kümmer dich darum und als dritter punkt ist das seelische was was sind dinge die du tagsüber machst was sind dinge die du auch früher gemacht hast in deiner kindheit die dich mit freude erfüllt haben die dir spaß gebracht haben und du diese dinge wieder diese dinge diese tätigkeiten macht wieder spiel wieder draußen geh wieder raus geh mit freunden wenn auch immer die ob sie dich mit dir treffen wollen ist die frage momentan in der zeit aber versucht menschen mit menschen zu verbinden die dir auch deine seele wieder aufgehen lassen die dich so akzeptieren wie du bist und die dich auch verstehen was du durch machst die nicht in mitleid sind mit dir sondern im mitgefühl sind und dir dieses ganze aus positiver sicht hängen wo die du dich aussprechen kannst den über deine probleme sprechen kannst und dann gilt es auch wieder deine seele in verbindung zu bringen und dein herz mit größeren dingen mit vielleicht unerfüllten vorhaben die du die du schon immer machen wolltest aber dich nicht getraut hast zu machen und jetzt ist die zeit dafür jetzt besonders ist die zeit dafür dass du wieder in verbindung gehst damit mach dir gedanken darüber oder stell dir vor such dir bilder raus im internet schau dir einen film an das zu dem gleichen thema wenn es darum geht zum beispiel zu reisen oder du willst ein haus bauen was immer du auch machen willst geh emotional tief da rein in diesen gedanken in diese diese traumvorstellung und sagt dir es ist möglich es haben andere schon geschafft warum sollst du es nicht schaffen wenn du es nicht machst dann wirst du dich weiterhin im kreis drehen in diesem strudel der verdammnis weil du einfach wieder nur eine Spielfigur wirst von den umständen und es geht darum dass du wieder die führung übernimmst in deinem leben und das schaffst du indem du einem ziel hinterher gehst und dich so programmiert und dich so eng so streng damit damit in eine partnerschaft gehst mit diesem alleine mit dieser mit diesem gedanken dass ihr unzertrennlich werdet was dich dazu bringt dass du wieder positiver wirst weil du dieses ja weil du diese diesen glauben hast du hast dieses wissen in dir ich will in dem leben noch dieses eine oder mehrere dinge die mir wirklich am herzen liegen werde ich noch erfüllen und wenn du dieses ganze identifiziert hast wenn dir bewusst ist was du noch im leben haben willst wie du auch erinnert werden wirst von deinem nachkommen von deiner familie wenn du wenn du irgendwann mal in später zukunft ablebst mit diesem dieses leben vorbei ist dann überleg dir auch wie du wie kommst du auf deinen weg welchen wie kannst du dir einen plan schmieden es gibt immer ein prozess es gibt immer menschen die ähnliches schon durchlebt haben die ähnliche ziele sich schon gesteckt haben und diese erreicht haben also gehe mit denen in verbindung mach dich auf die suche nach denen nach ihnen schau dir an wie sie es gemacht haben kopiere sie lass dich inspirieren und ja auch zum zum thema oder zum punkt 1 zum punkt 2 mit dem geist gehe auch in die geistige verbindung mit dem du bücher liest indem du dich die literatur die zu legst alles was du brauchst um dieses leben zu leben diese ziele zu erreichen diesen prozess anzugehen zu attackieren wieder zu dir zu kommen verbindung aufzubauen mit deinem kind das kind will sich ausleben das kind will nicht ignoriert werden nämlich wenn das kind ignoriert dann komplett ignoriert und ausgeschaltet hast diese stimme verstummen hast lassen dann ist eigentlich dein leben schon vorbei und der akt des selbstmordes ist schon begangen du bist zwar noch körperlich hier aber seelisch ist es schon aus daher nimm dir diese punkte bitte zu herzen ich hoffe es hat dir geholfen diese tipps wenn du noch mehr wissen willst wenn das video gefallen hat wenn du ja wenn du dich inspirieren lassen konntest von diesem von diesem thema dann lasse gerne ein like unten drunter abonniere meinen kanal und ich wünsche dir alles gute gib die hoffnung nicht auf es gibt einen ausweg du hast die kraft nimm deinen mut zusammen und dann wirst du dieses tief auch überstehen nämlich nach jedem tief kommt wieder ein hoch und es geht darum das zu akzeptieren um dir zu sagen du bist nicht der einzige und haben noch viel mehr vor dir geschafft ich habe es auch geschafft also kannst du es auch schaffen in dem sinne wünsche ich dir viel kraft bis dann tschau